Liebe Zuschauer, die Karnevalszeit ist um und trotz Feierei ist in Feld und Wald so einiges geschehen, das wir euch nicht vorenthalten möchten. Herzlich willkommen zu DOZ News. Erstmalig gelang es Wildbiologen in Deutschland, Rotwild und Wolf im selben Gebiet mit speziellen GPS-Sendern auszustatten, die untereinander kommunizieren. Die Glücksburger Heide ist ein historisches Rotwildgebiet, in dem seit 2011 wieder Wölfe vorkommen. Die Wildbiologen der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde besenderten sowohl ein junges Wolfsweibchen sowie 15 Stück Rotwild auf der gleichen Fläche. So möchten sie das Interaktionsverhalten von Wolf und Rotwild in der Glücksburger Heide in Sachsen-Anhalt untersuchen. Nähern sich Wölfe nun dem markierten Rotwild auf unter 150 Meter an, so registrieren sich Wolfs- und Rotwildsender und messen permanent Entfernung und Bewegung beider Wildarten. Damit sei es erstmalig möglich, das unmittelbare Interaktionsverhalten des Raubtieres und seiner Beutetiere zu untersuchen. Anfang vergangener Woche meldete ein Spaziergänger der Polizeizelle einen verletzten Schwan. Er hatte ihn im Bereich eines Seitenarms der Örtze bei Winsen-Wolzhausen in Niedersachsen entdeckt. Mitarbeiter des Tierschutzes Zelle fingen den Vogel ein. In der Brust des Schwans steckte ein Pfeil. Nach Anzeige des Tierheims Zelle leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Der Schwan wurde tierärztlich behandelt. Ein Supermarktmitarbeiter informierte gestern um 5.15 Uhr die Polizei, dass ein Betrunkener im Kölner Hauptbahnhof in Nordrhein-Westfalen Geld verschenke. Die alarmierten Beamten nahmen zwei Männer mit aufs Revier, um den Sachverhalt zu klären. Einer der beiden, ein 79-Jähriger, war stark alkoholisiert. Die Polizisten stellten sein Bargeld in Höhe von 2.500 Euro sicher, damit er es nicht weiter verschenken konnte. Daraufhin durfte er die Dienststelle verlassen. Der andere, ein 50-jähriger Mann, verstrickte sich bei der Befragung in Widersprüche. In seiner Sporttasche befanden sich vier Pelzmäntel, zwei Pelzmützen und ein Kaschmirmantel. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann im Dezember die Gutmütigkeit eines wohlhabenden Mannes ausgenutzt habe, der ihm einen Skianzug überlassen wollte. Stattdessen griff der nach den Mänteln. Der genaue Wert des Diebesgutes wurde noch nicht ermittelt. Wegen mangelnder Haftgründe wurde der Dieb wieder entlassen. Der Landesjagdverband Hessen fordert die sofortige Aufhebung der Schonzeit für Jungwaschbären und Umsetzung der EU-Verordnung zum Schutz von invasiven Arten. Nach der neuen Jagdverordnung, die im April 2016 in Kraft getreten ist, steht der Waschbär vom 1. März bis zum 31. Juli unterschont. Für viele Hausbesitzer, besonders aus Nordhessen, eine Katastrophe. Der Landesjagdverband Hessen rät, Schäden zu dokumentieren und an das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Wiesbaden zu melden und eine schnelle Lösung einzufordern. Vergangenen Sonntag wurden im Hauental in Hessen ein Hochsitz und ein Weidezaungerät beschädigt. Ein 58-jähriger Passant beobachtete die Jugendlichen und hielt einen davon fest. Als der 17-Jährige sich wehrte, verletzte er den 58-Jährigen. Trotzdem gelang es ihm, den Jugendlichen an die Bad Hersfelder Polizei zu übergeben. Angeblich machten sich die restlichen Randalierer mit motorisierten Zweirädern aus dem Staub. Wir flüchten uns nun wieder an den Schreibtisch. Herzlichen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil! Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und wenn ihr auch immer am Ball bleiben wollt, dann könnt ihr hier unter mir abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020